Dicke Schlitten für kleine Scheine, das ist Alltag für Deth Müller. Aber heute liegt die Latte für Deth ein bisschen höher. Ja Leute, top oder flop, geh steil oder saug das Teil. Du bist der Ralf und nicht der Alf, auch wenn er so aussieht. Und du willst deine Wanderbaustelle da loswerden. Ja gut, aber Leute, erst checken, dann starten. Zum Beispiel hat die Karre einen gekriegt, ist sie überspachtelt oder nicht. Dazu benutzen wir ganz einfach mal den Schlüsseltest. Hier, da, fliegt da einfach nur der Lack weg, ist alles okay. Staubt es, wie in der Wüste Sahara. Finger von lassen, spachteln. Ist die Windschutzscheibe einigermaßen sattelfest oder ist sie einfach nur so reingeklebt? Hier, in dem Fall nicht, kippt ein schönes Muster auf der Scheibe. Dann sind die Spiegel fest. Also die Karre kannst du mal schön selber behalten. Ich werde jetzt erstmal schön den Fisch putzen und mach mich wieder auf der Band. Switch! 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 Switch!